Der Schattenschneider? Hondo P., der Schattenschneider? Der lebt noch? Der hat mir mal den Schafstall gesäubert. Das ist bestimmt 20 Jahre her. Da hatte sich ein Poltergeist eingenistet. Der hat die Tiere wahnsinnig gemacht. Hondo hat ihn schnell erledigt. Seit dem Schweigen die Lämmer. Und sie haben sich vermehrt. Und zwar so, dass ich heute Käse in die ganze Welt exportieren kann. Ich bin reich geworden. Jeden Tag kann ich mir Kuchen leisten. Und diese kleine Jacht dahinten. Hondo ist weitergezogen nach Ecuador, nach Polen. Jedenfalls alleine. Der Schattenschneider reitet allein.